einen schönen guten abend es ist montag der 22 november 20 21 erster tag vierter lockdown willkommen wo immer sie sind und wer immer sie sind und uns zuschauen willkommen martin sprenger wir beide haben uns entschlossen dass wir für die 20 tage des vierten lockdowns jeden tag 20 minuten miteinander reden das ist jetzt nicht so außergewöhnlich wie wir das schon seit eineinhalb jahren regelmäßig tun nicht nur sonst über die pandemie aber jetzt natürlich auch besonders wieder über die pandemie so hat unser kontakt begonnen wir halten uns nicht unbedingt für die oberstauerst pandemie erkläre haben aber eigentlich gefallen daran gefunden fragen zu stellen und irgendwie antworten zu finden die hin und her zu schicken manche sehr ernsthaft manche wenige ernsthaft ich hoffe wir werden es hier auch so halten ich hoffe wir werden das auch einhalten können das nur 20 minuten machen der lockdown dauert angeblich 20 tage bis zum 13 dezember da wäre ich mir nicht so sicher ob das stimmt sie können sich aber sicher sein dass nach dem 13 dezember sie uns hier nicht mehr sehen also wir halten uns die zeitlichen begrenzungen also noch einmal schönen abend herzlich willkommen herzlich willkommen auch martin sprenger ja danke michael für die einführung danke ich finde die idee ist einfach nett sich ein bisschen zu unterhalten über etwas was glaube ich alle verwirrt ja uns inklusive und erinnere mich noch gut an unser unseren ersten kontakt ja du hast so ein e mail geschrieben das war anfang april 2020 das war noch die zeit wo ich noch in dieser taskforce corona taskforce im gesundheits- und sozialministerium aber nicht mehr lang genau stimmt auf jeden fall aber und hast hast gefragt ob du ob ich ein gespräch mit dir führen möchte und du hast mir dann angerufen und und wir haben dann geredet und die haben eigentlich gedacht ja so fünf minuten wie halt üblich und es ist dann ein sehr langes gespräch geworden ja weil du im auto nach wien oder salzburg gesessen und es war dann spannend es war eine stunde und wir haben uns glaube ich unterhalten wie zwei suchende die ganz viel nicht verstehen und irgendwie verstehen wollen und dann war diese verrückte idee dieses gespräch aufzuzeichnen ja und zu verschriftlichen und dann war hat dieser unglaublich lange text und ich habe gesagt das interessiert sicher niemanden und und dann hast du gesagt jawohl addendum ist ein online online magazin das das solch lange texte aushält ja und interessanterweise ist der text wirklich eingepompt ja im wahrsten sinne des wortes und da ist das sehr kurz noch fertig weil ich finde das irgendwie so ein schlüsselerlebnis für mich weil am 6 april wo dieses wo dieser erste artikel in addendum erscheint ja es geht nicht alles was die politik uns weismachen will oder so oder es geht viel mehr als die politik geht mehr soll es geht mehr als politik war am abend der ehemalige bundeskanzler sebastian kurz beim armen wolf in der zip 2 und der armen wolf sagt zum sebastian kurz irgendwann einmal plötzlich aber der sprenger hat gesagt die bundeswerten hätten nie geschlossen werden dürfen auch nicht die wandergebiete also die menschen hätten wir rausgehen sollen sich bewegen weil es gut ist für ihre gesundheit und wenn sie den abstand einhalten ist das infektionsrisiko ring und das war ja auch so bin ich zum falschen experten geworden ja und und dann irgendwie war donnerwetter ja mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe weil eigentlich war ja die aussage korrekt ja aber und das war doch interessant oder weil es das hatte den ruf eingebracht vom bundeskanzler ein falscher experte zu sein es hat dir in einem gewissen teil der öffentlichkeit den ruf eingebracht irgendwie so das was man dann später querdenker genannt hat so corona skeptiker und so weiter zu sein und die frage ist ja immer wie sehr muss man eigentlich inzwischen betonen dass man nicht glaubt dass das virus nicht existiert dass man nicht glaubt dass das virus vollkommen ungefährlich ist dass man nicht glaubt dass impfungen gar nichts helfen sie sehr interessant oder wie sich dieses narrativ festgesetzt hat dass jeder der nicht eins zu eins sozusagen das was eigentlich seit fast zwei jahren kommen sens ist in der in der öffentlichen diskussion was notwendig ist und 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 sozusagen auch alternativen los ist wenn man das hinterfragt und wir haben halt immer gefragt dann muss man eigentlich sie schon irgendwie rechtfertigen und abgrenzen dass man eh doch nicht weiß ich nicht bei der demonstration jetzt am wochenende mitgegangen ist oder weiß ich nicht sich mit den wurmungsmitteln zum frühstück irgendwie gurgelt oder so ist eigentlich interessant nicht also das sind die schlichte der schlichte versuche irgendwie fragen zu stellen und sozusagen gängige narrative hin zu hinterfragen zu sagen kann es nicht auch anders sein fehlt und ich war so solche dinge dass das eigentlich fast schon zu viel ist ja aber gehen wir nochmal zurück an den anfang ja also am anfang hat man ja wirklich wenig wusste ja also man hat man hat quasi die viele fragen waren und noch ungeklärt ungeklärt also jetzt glaube ich war es mal schon einiges mehr aber am anfang war es eben dann ganz gewichtig gewesen so diese pandemie als gesamtgesellschaftliches ereignis auch wirklich wahrzunehmen und auch viele fragen zuzulassen ja also das hätte uns wahrscheinlich geholfen die lernkurve noch steiler zu halten und das stimmt ja also selbst wenn man es als sozialwissenschaftlerin oder gesundheitsökonom angeschaut hat also der einleitungssatz musste immer sein das ist ein ernst zu nähmendes virus und es darf auf keinen fall mit influenza verglichen werden sonst darf ihr als gesundheitsökonom jetzt nicht gesundheitsökonomische analysen machen ja das ist oder als gesundheitswissenschaftler sich wissenschaftlich analysen zu machen das ist halt etwas schwierig weil wir uns die aktuelle situation zeigt ist es ja so dass das wir nach wie vor passagier sind in einem das gerade sagen weil du sagst das war ja jetzt lang her april 2020 inzwischen haben wir ja wahnsinnig viel gelernt und dazugelernt und wir haben dinge die wir sozusagen in unseren gesprächen das annahmen hatten haben sich glaube ich vollkommen als falsch erwiesen anderes vielleicht eigentlich als relativ haltbar obwohl man das vielleicht nicht geglaubt hätte die den deinen satz inzwischen haben wir wahnsinnig viel gelernt könnte natürlich schon anzweifeln wenn man die tatsache betrachtet dass wir nach 18 monate nach dem nach dem ersten lockdown jetzt den vierten haben mit denselben methoden aufgrund derselben situation alle parameter sie eigentlich gleich außer dass wir knapp zwei drittel durch impfungsrate und eine durch impfungsrate in der risikogruppe von über 85 prozent haben wo man sie dann fragt wie gibt es das eigentlich wie kann es sein dass dieser unterschied keinen unterschied macht genau also also ich glaube die frage stellen sich viele und die denken wir werden vielleicht die nächsten tage nutzen das auch zu beleuchten und und auch noch andere viele andere aspekte aber aber ich glaube viele hätten das im sommer auch nicht vermutet ja also ich glaube dass krankheitsgeschehen passiert also das habe auch ich vermutet also aber dass es uns an die belastungsgrenze bringt wie es ja aktuell ist sonst sonst wären wir ja nicht in der situation das haben wir auch viele manche haben für eine nullwahrscheinlichkeit gesagt oder für äußerst unwahrscheinlich aber ja und so und jetzt denken wir mal drüber nach die unausweichlichkeits dieses lockdowns als letzte möglichkeit die rote linie nicht zu überschreiten die darin besteht besteht dass sozusagen die intensivstationen vor allem in den spitälern also quasi über die an und über die überlastungsgrenze kommen und dann sozusagen etwas wie wirklich harte triage passieren muss nämlich dass zwischen zwei patienten die lebenserhaltende maßnahmen bräuchten nur einer behandelt werden kann sagt sagen eigentlich alle ist salzburg und oberösterreich ist jedenfalls so gab der thomas cpionka den wir glaube ich beide sehr schätzen hat heute gemeint unausweichlich war es vielleicht nicht für ganz österreich nur für die beiden bundesländer man hätte gerade auch im osten in wien wo die situation anders ist mit mit einem anderen maßnahmenpaket diese überlastung auch verhindern können hat sie dann aber halt entschieden das für alle zu machen egal jetzt haben wir diesen generellen lockdown diesen bundesweiten und vielleicht sollte man heute einmal nur als erstes mal uns noch mal anschauen und und die frage so in anrissen beantworten wie konnte es dazu kommen und ich würde sagen es könnte man zwei teilen die frage das eine ist was sie es im infektionsgeschehen passiert dass sozusagen diese anstiege und das ist immer so wenn es einen massiven anstieg ins infektions geschehen gibt dann ist auch bei einer hohen die durch impfungsrate eine gewisse anzahl die dann halt auch vom spital kommt und von der wieder ein gewisser teil der intensivstation kommt das verhältnis ist ja jetzt trotzdem viel besser als noch vor einem jahr also wenn man die die stufen von infektionen zu hospitalisierungen zu intensivpflichtigen patienten ist ja dort ist ja günstiger aber immer noch so hoch auch weil das infektions geschehen noch steiler ist als im letzten jahr dass zumindest in zwei bundesländern das an die grenzen kommt das heißt was ist im infektions geschehen passiert und was ist eigentlich in den krankenhäusern passiert weil es fällt ja schon auf dass wir jetzt bei 530 belegten intensivbetten mit corona patienten stehen und und das eigentlich nach den rechnungen des letzten jahres noch nicht so dramatisch ausgeschaut hat oder hätte das heißt du musst auch in den spitälern was passiert sein und die beiden wirkungen zusammen haben offenbar dazu geführt dass relativ früh eigentlich auch im vergleich zu 2020 diese roten linien so fast erreicht wurden aber deswegen sagen zum härtesten maßnahmen paket gegriffen hat beginn wir vielleicht beim infektions geschehen weil das ist ja auch der anfang der ein punkt ist ja eher die intensivstation also man muss auch sagen also dass das infektions geschehen das wahre infektions geschehen kennen wir nicht also wir haben wir haben 180.000 personen die aktuell als aktive fälle zählen das ist enorm und wir wissen nicht einmal was die dunkelziffer ist also die dunkelziffer könnte faktor 2 3 vielleicht vier mal höher sein weil ja manche asymptomatisch sind manche verkennen ihre symptome also wir haben enormes infektions geschehen aber so viel ist einmal sicher jetzt können wir irgendwann einmal darüber reden warum haben wir so hohes infektions geschehen hat sicher was mit der saisonalität zu tun aber auch mit mit treibern der infektion faktum ist ja viele menschen sind infiziert das bedeutet ja dass auch menschen krank werden und die intensivstation wenn man so will ist das ende der fahnenstange ja und vielleicht noch einmal zum anfang eine frage wenn man sagt das infektions geschehen und was sind die treiber und was ist das versteckte infektions geschehen eine annahme ist ja dass die das das sozusagen die 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 geimpften die relativ wenig getestet wurden ich habe mal geschrieben die werden gar nicht getestet war so groß auf große sturm und berüstung ich aber im siebten bezirk bin brav und test mir trotzdem dreimal wird eh sein wird auch viele geben aber ich würde sagen es spricht alles dafür dass im großen und ganzen sozusagen diese die aus außerhalb von wien außerhalb von wien sind einfach die geimpften nicht mehr getestet wurden das heißt das wollten weil das war ja sozusagen die belohnung dafür dass sie sich impfen haben lassen dass sie alle diese einschränkungen haben das heißt die die werden höchstwahrscheinlich und der impfschutz also sagen gegen 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 schwere verläufe ist ja doch noch ganz gut so dass also sehr viele asymptomatische überträger unter den geimpften vermutlich vorhanden ja gut ich meine das das wie gesagt das können wir nachher noch näher beleuchten also es war ja irgendwie die hoffnung dass diese impfungen zwar nicht zu einer sogenannten sterilen immunität führen also die übertragung vollkommen vollkommen verhindern aber doch in einem hohen ausmaß ja und jetzt sieht man schon dass je nach je nach abhängig vom verwendeten impfstoff ja und nach dem zeit die vergangen ist seit der letzten impfung also diese wirkung nachlässt ja und und bei manchen impfstoffen sogar gegen null geht ja was bedeutet dass auch zweifach geimpfte ja durchaus plötzlich überträger von virus werden und wenn auch nur der kontext passt also geschlossener raum wo viele menschen auf engem raum laut singen schreien tanzen alkohol konsumieren dann hast genau das was man halt am anfang der pandemie als sogenannten super spreader event bezeichnet haben ja und das waren sicher sind sicher auch brandbeschleuniger aber in summe ist es glaube ich ein multifaktorielles geschehen dass das infektionsgeschehen jetzt hochgegangen ist ja du sagst es ist ein multifaktorielles geschehen das narrativ der österreichischen politik war es ist die pandemie da ungeimpft genau und das muss man inzwischen sagen ist falsch natürlich und es ist also es ist insgesamt zu sagen da kann man muss man glaube ich auch drüber reden weil ja weil du solltest in einer pandemie ja immer versuchen es kollektiv zu stärken ja den sozialen zusammenhalt zu stärken und der satz pandemie der ungeimpften ist genau das gegenteil es treibt einen spalt in die bevölkerung ja und zugleich entschuldige dass ich da schon jetzt unterbrich und quasi kurz ans ende der fahnenstange in intensivstation geht zugleich muss man natürlich auch sagen dass die dass das sagen der lockdown und die notwendigkeit des lockdowns natürlich schon mit den ungeimpften zu tun hat weil die landen zu 90 prozent in der intensivstation wobei man dann allerdings wahrscheinlich dazu sagen müsste ungeimpfte risikopatienten ja genau also man kann sich das und das werden uns noch genauer anschauen also wer liegt eigentlich auf intensiv für also kann doch gerne mal herzeigen also zu den daten aus ländern die das wirklich sehr transparent darstellen also man kann für österreich ja nur vermutungen anstellen aber aber letztendlich intensiv ist die ist das ende der fahnenstange ja so und und die intensivversorgung wenn man sie überlastet bedeutet das natürlich auch eventuelle unterversorgung von anderen akuten fällen oder wie schon angesprochen im schlimmsten fall triage aber es bedeutet natürlich auch schwerstarbeit für die betroffenen personen muss ja auch das sind ja pflegepersonen ärzt ärzte die dort arbeiten das ist beinhart ja also deswegen ist es ist es nachvollziehbar dass wir jetzt einmal die notbremse ziehen aber ja aber es besteht eben nicht ab intensivstationen bestehen eben nicht nur aus betten und beatmungsgeräten sondern wie schon sagt das personal und da haben wir glaube ich ein riesen problem ja und es ist ein personalproblem ja und vor allem im bereich der pflege und da kann man sich dann schon die frage stellen warum haben wir nicht im frühjahr 2020 das als wirkliche baustelle wahrgenommen und dann versucht auch präventiv also vorbeugend auf den intensivstationen für personalpools und ausreichend personal zu sorgen auch noch im frühjahr 2021 wäre noch zeit gewesen das ist doch einige seine monate vergangen bis heute und man hat das gefühl da ist jetzt nicht wirklich viel passiert weil dass das österreich sozusagen bei 540 intensivpatientinnen und patienten in die knie geht ja wir hatten im höhepunkt damals 760 also niemand soll auf intensiv landen möglichst wenig fälle auf intensiv hier aber trotzdem lockdown ist per se ja auch keine maßnahme die hatte auch viel schaden ja also die die abwägung jetzt die intensivstation schützen bedeutet das tut anscheinend wirklich das personalproblem wahrscheinlich viel vorrangiger ist als das betten problem da habe ich schon irgendwie interessante erfahrungen gemacht jetzt auch in diesen ein dreiviertel jahren auch in der in der sendung im talk im hangar weil dann also in der zweiten welle war habe dann sehr oft die frage gestellt wenn man aus der ersten welle wusste dass der engpass die intensivstation ist und dort aber auch nicht sozusagen die technische komponente sowie viele betten mit der entsprechenden technischen ausstattung gibt es sondern habe ich das personal dass das bedienen kann in der zweiten welle im herbst 2020 sagt aber warum hat man da nicht das wusste man ja schon seit dem früher warum hat man nichts getan dann war die lapidare antwort immer sie glauben wir wollen nicht dass man die irgendwie einfach so zusammenklappen kann die intensivpfleger das ist alles langwierig kann man von heute auf morgen ausbilden sage ich aber man hätte vielleicht beginnen können im frühjahr 2021 nächste so quasi welle mit lockern aber warum hat man eigentlich in dem bereich wieder was das problem also des personalenpasses in den intensivstationen wieder die antwort ist wie naiv sind sie eigentlich das kann man nicht von heute auf morgen so gut haben jetzt haben wir november 2021 und jetzt stelle ich mir die frage ist es dann doch so ein umfassendes sozusagen programm und also ein umfassender prozess dass man in 18 monaten auch nicht sozusagen gesundheitspersonal von wo auch immer so ausbilden kann dass es den dienst dafür intensivstation als pfleger verrichten kann ja also man also das ist sonst klassische evaluierungs fragen ja also das das muss man sich auf jeden fall fragen weil wer weiß wo uns die pandemie noch überall hinführt ja aber aber ich sage mal man hätte sicher viel viel mehr tun können ja um zumindest für ausreichend personal zu sorgen ja weil das das bedeutet ja auch dass dass man sozusagen auch die die schichten die dienste verkürzt dass oder müssen muss jetzt personal ja ganz viel einspringen ja überstunden machen das ist ja alles unglaublich belastend ja also ja wahrscheinlich hätte man wahrscheinlich viel mehr tun können ja aber wie gesagt das muss man auch rückwesen beurteilen also ich glaube wir können auch zum teil nur fragen aufwerfen wir werden alles beantworten können ja aber das ist sicher zentraler aspekt der wo wir aktuell in der situation sind in der maß hin jetzt würde ich sagen wir haben also sagen wenn man sagt wie kam es dazu haben wir die zwei große aspekte infektionsgeschehen und situation in den krankenhäusern und wahrscheinlich dann auch extra mal im vorgelagerten bereich also warum also ist es wirklich ist es wirklich gut dass die leute dann irgendwie eigentlich das erste mal wirklich behandelt werden im krankenhaus müsste da nicht der forscher im hause absolut absolut also das ist sowieso der bereich der der volkmann unterbelichtet ist über den geredet kaum jemand also wahrscheinlich so wie bei vielen krankheitsbildern 90 prozent auch bei kobe 19 passiert in der selbstversorgung ja also das sind menschen die haben entweder ganz wenig symptomatik oder keine symptomatik sind in quarantäne und brauchen nicht einmal ärztin oder ein arzt ja und dann hast du einen gewissen anteil die halt schwere erkrankung aber kein spital brauchen sondern einfach nur gute betreuung vor allem aber gutes monitoring ja und das monitoring soll ja nur gewährleisten dass zum beispiel jemand nicht zu spät ins krankenhaus kommt weil das krankenhaus also nicht unnötig und nicht zu spät also das krankenhaus ist ja dann erfolgreich wenn 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 menschen sozusagen noch im spital auch dort dann auch die speziellen medikamente bekommen können die eben in dieser phase noch helfen ja und dann auch der normalstation verbleiben zu können und nicht auf intensiv zu müssen und wenn die zu spät kommen also gleich von der notaufnahme auf intensiv und gleich intubiert dann brauchen diese medikamente gar nicht mehr einsetzen ja also das ist also diese ganze versorgungskaskade oder versorgungskette muss halt auch bei kobe 19 so wie bei vielen krankheitsbildern möglichst perfekt funktionieren nicht ganz nicht ganz nicht ganz am anfang der pandemie aber im laufe glaube ich muss man nicht nur auf densivstation perfekt arbeiten sondern die gesamte versorgungskette muss eigentlich versuchen würde ich sagen wenn man sagen den überblick sagen wie kam es dazu infektionsgeschehen situationen in krankenhäusern dann ist die wenn man so will das gemeinsame was da auffällt ist die frage der impfung nicht hätte hätte sozusagen eine frühere versorgung mit trittimpfungen als man wusste es ist wahrscheinlich eine dreiteilige impfung im infektionsgeschehen genug geändert und natürlich auch hätte eine höhere impfquote verhindert dass so viele ungeimpfte auf den intensivstationen landen hilft das sozusagen das durch impfen oder ist es intelligenter besser schlauer eher sagen sich mehr auf die risikogruppen zu konzentrieren und weil das der gemeinsame nenne ist und wir ziemlich exakt unsere ersten 20 minuten verbraucht haben weil wir uns schon wieder verquatscht haben schlage ich vor dass wir uns morgen ein bisschen eingehender mit dem impfen in diesen beiden aspekten unterhalten welche impfung im infektionsgeschehen und welche rolle hat das impfen zur verhinderung solche situationen wie wir sie jetzt haben und natürlich daraus resultierend ist eine impfpflicht die lösung ja das machen du ja also morgen geht es weiter oder morgen geht es unbedingt weiter ja wunderbar dann sehen wir uns morgen und werden wir uns sehen bis morgen